Alex, bist du bei dir? Äh, warte. Schuss. Ich sag's, ich bin jetzt wieder an dem großen Wasserthorben. Ja, das ist aber ich, das Reh. Ich brauch noch was zu essen, Alter. Oh, jetzt, wo du es sagst. Ich hol mir das Reh. Ich hab grad eben schon mal wieder auf die schnelle 37 Blackberries gepflückt. Aber die sind da relativ... Ey, jetzt kommt da einer und will mich töten, ey. Ich raste aus. Hilfe. Wir müssen ihn holen. Max. Ja, ich bin an der Tankstelle wieder. Hinter mir ist ein Otto, der will mich töten. Und ich hab gar nichts mehr. Ich hab keine Hydration, Energy, alles nichts. Max. Ja. Ich lauf da jetzt hin. Wie repariere ich ein Auto? Ja, zur Tanke. Ich hab hier ein Schild, Weg, Greenhorn. Ey, der fickt mich jetzt gerade. Oh, Alter. Ich lauf zu dir. Ich hoffe, du überlebst, bis ich da bin. Äh, wie repariere ich ein Auto? Erstmal muss mein Charakter essen, Sari. Geh man ins Auto rein, dann muss die I drücken. Die Teile, die Komponente muss... Komponenten. Musst du dann... Musst du einsteigen und dann I drücken. Und dann ziehst du also nicht dein Inventar, sondern das Inventar des Autos sozusagen. Okay. Ich brauche also ein Boost, Headlights, Batterie, Sparkplugs und einen Motor. Ja. Super. Soll ich das halt jetzt finden? Es ist Looten suchen. Mehr wissen wir auch nicht. Alter, ich hab so viele Sachen und ich werde jetzt einfach sterben. Ich bin schon am Weg. Ich bin jetzt an der Feuerwache, glaub ich, vielleicht wieder. Ja, Mann. Bist du da? Nee, nee. Oh, da ist noch ein anderer. Sag, er soll dir helfen. Vielleicht hilft er dir ja. Soll ich schon mal auf dich? Zulaufen, weil du musst mir sagen, von wo ich dann oder in welche Richtung ich von der Feuerwache... Ah, hier ist die Tankstelle direkt. Bist du in der Stadt bei der Tanke? Ja, also links neben der Feuerwache, da ist die Tanke, ne? Oder meinst du die da hinten in der Mitte? Ich mein, ich meine in der Mitte der Stadt. Okay. Dann laufe ich da nochmal. Und dann einfach weiterlaufen. Durch die Stadt. Na, ich sterbe jetzt gleich. Ich hab kein Leben mehr, gar nichts. Jo, meine Leben gehen noch rapide runter. 11% nur noch. Schaffen wir schon. 10. Das schaffen wir, hab ich gesagt. Oh mein Gott, 9. Ey, warum musst du ja jetzt so ein Affe kommen, ganz ehrlich. 8. Ich bin schon an einem Police Station. 5. Ich seh jetzt die Tanke. 6. 5. 4. Nein, wirklich. 3. Das geht aber, wenn du auf Null bist, glaube ich, bist du nicht instant tot. Eins. Ich bin an der Tanke. Ich auch. Null. Wo bist du? Ja, ich bin der Erste, helf mir. Helf mir! Nein, ich bin gestorben. Ich habe ihn erschossen. Warum? Hey, friendly, dude. Ich hoffe es doch. Hey. Was he trying to hear you? Ja, he heard my friend, man. And that is a mistake. Big mistake. Oh, mein Gott, wo bin ich denn jetzt hier wieder gespawnt, du? We're friendly, we're friendly. Oh, der hat Antipiotics mitgehabt, der andere, ne? Hm. Jetzt hat er sie nicht mehr. Ja, ich hab ihn ausgeschalten, ne Sekunde zu spät. Ja, keep distance, man. With the... Yeah, me too, me too. Also, ich? Ja, ich? Ja, ich? Ich habe einen Kompass. Ich habe einen Kompass. Hattest du einen Kompass? Ja, ne? Ja, ich hatte den Kompass, ja. Ich habe jetzt wieder keine Ahnung, wo ich hier gespawnt wurde. Das ist einfach total daimisch, du. Ich werde ja schon in der Nähe gespawnt, ne? Also, nicht am Arsch der Welt, oder? Dang. Did you take the boat down? I shot that one guy. He hurt my friend. Oh. Oh, that's understandable. Oh, watch out, zombie. There's a guy right there. Oh, shit. There's a guy in the gas station. Yeah, that's me. Hi, howdy. Hey there. Stay alive. There's another guy over here. Wow, there's people everywhere. Sorry, I was too slow. No, that's not a mess. But, he was punished. And there, there's one with a gun and a gun. But not on me, on the zombie. I'm coming back now, Max, right? Max? Do you copy? Oh, noch ein leeres Auto gepackt? Hallo? Route 14. Das ist, was wir tun? Da ist Max verliebt. Was, was weißt? Was, was, was weißt? Vielleicht mag er dich auch einfach nur. Das können auch sein, ja? Nuh mal! Ja gut, ich hätte noch ein bisschen gebraucht, um mir noch so ein paar Bären reinzukloppen, ne? Na, das wär's. Ist eigentlich auch nicht gereicht. Wo bist denn du? Tod. Was? Hast du das gesagt gehabt? Nö. Ich bin stillschweigend weg, weil ich aggro bin wie eine Sau. Warum bist du gestoppt? Bin ich jetzt alleine hier? Oh ne, ich hab Gesellschaft. Da oben war einer gewesen. Dann kam er gleich auf mich zu. Please don't shoot, don't shoot. Äh, ich so, are you friendly? Er so, ja, ja, er ist friendly. Arschgeleck-friendly, Alter. Ich knall jetzt jeden Fotzenrecker um, der mir über die Füße läuft. Hey, 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 warte, halt, bleib stehen. Du bist das. Hallo. Was bist du? Warte mal Arschi, wir haben uns gefunden. Roter Moped-Helm hier. Warte, lass dich mal umarmen. Hier in dieser Apokalypse. Ach. Oh ne lieber nicht. Dein Shirt ist ziemlich durchgeschwitzt, ne? Brauchst du irgendwas, Arschi? Äh, ich bin hier am, ähm... Ich wollte grad, ich wollte grad geben, was ich in der Hand hab, aber... Dann... Weißt du, wo du bist? Aber ich hab keine Muni dafür, ne? Aber ich hab Muni und ne Pistole. Nice. Kannst du schon E drücken, um was zu suchen, oder reicht auch Tab? Ne, eh. Ah, dammit. Du kannst halt... Glaub ich, hab ich im Video heute Mittag gesehen, E drücken. Und dann siehst du, ob da war Inhalt drinne ist. Und dann musst du aber nochmal E drücken, um es looten zu können. Und ich hab nur mal einen neuen Schuss, oder was? Ne. Wollt ihr den Namen hier, oder? Nimm mal die Knarre. Schuss müssen wir uns besorgen noch. Ich hab nämlich nur mehr... Drei Schuss... In der Waffe. Ich weiß nicht, wie ich sie rauskriege aus der Waffe. Äh, du kannst die entladen, ne? Wenn du da rechtsklick drauf gehst und, äh... Dann sollte das da stehen. Dann kann ich dir einen Schuss geben, Marshi. Nice. Aber da ist, glaub ich, ja schon was drin, oder? Das kann natürlich auch sein. Oh, leil. Oh, ne, jetzt hab ich... Ne? Oh, leil. Wo ist denn jetzt die Muni hin? Ernsthaft? Ah, der ist noch in der Waffe. Ja, jetzt liegt ein Schuss hier. Guck. Der ist es. Die Box. Einschuss in so ne große Kiste, oder? Siehst du mal, was das für ein Kaliber ist, ne? Hm. Ah, da hinten ist noch ein Reh. Also, wir könnten dann mal... Hast du Feuerzeug, oder irgendwas in der Art? Flares? Äh, nö. Ah. Flares, ja. Ah, dann können wir ja Feuer machen. Ähm. Oh ja, da brauchen wir noch Püppern. Da hinten kommen auch schon Zombies. Aber... Keine Eile. Keine Eile. Bin ich jetzt gemutet? Ich weiß nicht, was Maschi redet, ne? Die ganze Zeit. Screenshot, Mute... Keine Ahnung, was er... Ich glaube, er hat schon Paranoia. So. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Das gelötet. Hab ich. Hab ich. Lass hier abhauen auf dem Pleasant Valley. Es sind... Haufen Typen drinnen mit Waffen und mit Bogen. Also mit Bögen. Ich bin ein gefundenes Fressen. Nur mit meinen Dreischuss. Und Autos stehen auch keine herum drinnen. Drinnen rein. Ja, die sind halt alle leergeplündert schon, ne? Ja, ja. Lass uns runtergehen zu den anderen in die andere Richtung. Ja, ich stopf mich gerade noch ein bisschen mit Blackberries voll nebenbei. Und dann lass abhauen hier. Hm, lecker. Blackberries. Oh, ich hätte schon wieder ein Flugzeug. Ja. Ja auch. Ich muss mal gucken, ob der irgendwas abwirft. Das Problem ist halt, wenn die abwerfen, die werden ja von Spielern, also von Leuten werden ja die, ähm, bezogen, diese Airdrops. Und, da ist halt dann mindestens einer dort, ne? An diesem Airdrop. Ah, ich sehe das Flugzeug jetzt. Seht ihr das auch? Ja. Wo fliegt das bei euch hin? In unsere Richtung. In eure Richtung? Wir laufen dem sozusagen entgegen. Ah, krass. Der hat wirklich was abgebaut. Und wir laufen geradewegs drauf zu. Machi, ne? Wenn du, wenn du dir den Kuchen reingestopft hast, entmute dich mal wieder. Und dann... Welchen Kuchen? Den... Ey, siehst du diesen Airdropf? Ja. Ja, lauf da mal bitte hin. Ernsthaft? Sollen wir da jetzt hinlaufen? Ja, aber ich lauf da jetzt auch drauf zu. Das werde ich sehen. Was? Ich möchte den Hufo. Alter, das kommt ja sowas von langsam runter, dass... Halt die Augen auf, Maschi, ne? Den hat ja auch sicher jemand angefordert, den Airdrop. Ob der da rausgucken kann? Wo? Da ist auch Ralf drin. Boah, da schießt wer auf mich. Alter, ne. Der schießt ja irgendwo. Wer schießt auf dich? Ne, schießt gerade irgendeiner mit dem Schafschützen, wer. Ihr lauft jetzt aber trotzdem runterkommt, ich bin da. Ja, der Airdrop ist halt vor uns, ne? Ja, gut, weil... Dann komme ich euch gleich noch ein bisschen entgegen. Oh, gut. Wir kommen aus dem Westen, oder? Das Teil ist jetzt eigentlich... Maschi, Maschi, rechts vor uns, rechts vor uns. Ja, ja. Ja, ich hab gesehen gesehen. Hey, dude! Ey, laber, Alter! Was bist du, Junge? Nein, sonst verpuhlst du ihm ein paar. Er muss Wegzoll zahlen. Klaus, laber mal nochmal hier in-game. Dude! Ey, warte mal. Hörst du mich jetzt? Hey, Guy! Stopp, please! Ey, seid ihr auf dem See? Wir können den Airdrop. Keine Probleme. Keine Probleme. Keine Probleme. Aber wenn du nicht stoppst, muss ich dich schießen. Ey, Klaus, hörst du mich? Aber ich sehe einen durchs Wasser laufen. Wer ist das? Ja, Alter. Hier sind ganz viele. Alter, Maschi, da kommen aber einige an, ne? Was ist denn das? Was ist denn da? Da schießt einer. Da ist im Strauch unten am Wasser, Maschi. Ey, da schießt auf mich der Wichser. Komm, Maschi, flankieren, flankieren. Ey, Jungs, ich komme gerade eben hochgelaufen. Da müsstet ihr sein. Ihr müsstet mich jetzt auch in- Oh, lol. Das ist explodiert. Das Ding ist explodiert der Airdrop. Er hat es überlebt. Er hat es aber überlebt. Links unten ist einer. Du bist das, ne? Ich bin hinter euch. Ja, ja. Ja, ich bin hinter euch. Ja, ja. Nicht in-game reden mehr. Was ist das? Und die Zombies, die Zombies zerfetzen ihn. Ja, die rauchen Ganja, siehst du das? Ja. Die werden gerade zerlegt von den Zombies da unten. Wenn wir kurz warten, dann können wir uns einfach den Loot zu holen. Brauchen wir gar nicht in den Kampf gehen. Ich gebe dir mal eine Axt. Komm her. Ich versuche die Zombies. Danke dir. Oh, vorsichtig schießen hier hoch. Ernsthaft? War der. Nee, der Schnessel sieht Zombies. Wenn ich eine bessere Waffe hätte, ne? Dann könnte ich von hier auf ihn schießen. Aber ich glaube, da kommt noch einer an vom Wasser aus. Okay, Max, weißt du was? Komm her. Oh, ich höre was hinter uns. Ich höre was hinter uns. Hey, dude. Kannst du mich hören? Oh, nicht, nicht. Das war ein Fehler, Mann. Ein großer Fehler. Der hat Wasser, Cranberries. Ja, loote ihn. Nimm auch die Kleine in den Rucksack und so. Wie komme ich denn da ran an den? Hey, dieser Mann. Ja, ja, ja. Aber wir sind am liebsten, Mann. Wir sind am liebsten. Ich habe nur einen Mann hier oben geschossen. Er war versucht, meinen Freund zu töten. Also, ich muss ihn am liebsten. Ich höre ihn. Ah, jetzt. Ich lege meine Schnau weg, Mann. Kein Problem. Wieso kann man das denn nicht nähen? Ja, der Mann hat uns versucht, um uns zu töten. Da oben auf der Helle. Also, ich musste ihn schießen. Oh, hey, wassup, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Er hat uns nicht gesprochen. Er wollte uns nur um uns töten. So, ja. Links neben dir sind zum Beispiel. Also, wassup, 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 wassup. Do you guys have any food? Yeah, there is like nothing here. It's, it's, it's all fucking farmseeds. It's stupid. Oh, ok, ok. Yeah, das was fucking a waste. People are killing each other for no reason. So, do you need anything? I can drop you a battle of water. Uh, no, I am actually good right now, I just need fucking health. Like, I am out of bandages. Oh, wait. Aber du hast dann auch kacke gegnert? Ich bin nur in meinem Inventor. Vielleicht habe ich etwas für dich. Ich kann... Ich kann... ...drucken Sie... ...Gauss. Ich weiß nicht, ob es dir hilft. Ich denke, ich habe genug Kleid, um ein paar Bandages zu machen. Oh, warte, warte. Ich kann dir etwas abrufen. Ich bin sicher, dass es nicht mehr Zombies gibt. Ist das ein Zombies, oder? Ist das ein Zombies, oder? So, schau, ich habe dich abrufen. Gäuss und Antibiotika. Sie sollten dir helfen, um zu regenerieren. Oh, danke. Danke, Mann. Da ist noch ein Bogen, oder? Ja, nimm ihn, nimm ihn. Loot ihn. Alter, da ist ein Knecht, der hat alles. Ja, nimm ihn. Loot ihn. Deine anderen habt ihr auch gelootet, ne? Ja. Gut, gut, gut. Was ist das hier? Cornseeds? Ja. Ich weiß nicht. Ich nehme ein Päckchen mit. Das ist. Das ist stupid. It makes people fight over dumbass shit. Ja. Ja. Er hat hier unten den Backpack-Marschi. Komm her, bitte. Ja, das war ganz gut. Ja, das war ganz gut. Ja, ich wollte einfach mal sehen, was drin war. Ich meine, ich würde es mit ihnen erzählen. Aber ich weiß nicht. 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 Maschi, guck mal. Hier unten. Da liegt eine Waffe. Was? Du bist in der Beutel. Hast du eine Beutel leer gemacht? Den oben? Ja, okay. Nee, hier unten den Beutel. Da unten. Alter, ist der jetzt weg? Ja, wo ist ein Zombie? Oh, Alter, da war ein Rucksack-Marschi. Guck mal, aber hier ist eine Waffe, ne? Maschi. Nehmt endlich die Waffe her. Ja. Ja. Ah, ja, 15. Ich will einfach nur sehen und sehen, was jeder macht. Ich will einfach nur auf der Helle sitzen und alle sehen. Ja, sie töten sich. Ich weiß nicht, wo es kommt. Ich weiß nicht, wo es kommt. Ah, da ist es. Da ist es. Da ist es, ja. Oh, ich sehe es auch. Ja, ich sehe es. Ich kann es nicht aufnehmen. Vielleicht ist es besser. Hey Klaus, soll ich hier das komplett leer machen? Ja, er hört es. Nein, wenn sie nur sieht sind nicht. Hast du einen Monitor drin? Es muss einen Doppel über Pleasant Valley oder so. Hast du einen Monitor drin? In der Waffe? Nein. Okay. Siehst du es? Ich sehe nicht den Airdrop. Hat er es Doppel? Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, das ist weit. Das ist wirklich weit, Mann. Okay, wir ziehen jetzt weiter Richtung Niklas, ja. Warte. Ja. Okay. Ja, waren wir auch mal friendly, ne? Da war ich den Rucksack. Da lag einer. Ich verstehe es nicht. Ich habe das Päckchen aufgemacht. Ich habe dir einen Rucksack drin gelassen. Ich habe dir eine M1911 drin gelassen. Ich habe nur das Wasser von dem Knecht geholt, Alter. Und das Päckchen verschwindet. Ich habe jetzt eine AR-15. Aber einen Money haben wir jetzt nicht mehr, oder? Hast du ein Hunting-Gewehr? Nein. Dafür hätte ich jetzt sieben Schuss. Was? Ja, aber dann... Dann das abhauen. Die Axt hat... Wer hat die Axt gedroppt? Diese? Woher ist er noch? Ne... 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 Sieben Schuss, 308er. Du kannst hier einen Pfeilen Bogen machen, ne? Ich hätte... Sechs Schuss... Sechs Pfeile. ok alleine dass wir so viele waffen haben ist gut um leute abzuschrecken lass uns weitergehen lass uns richtung niklos gehen das wäre richtung das ist eine gute frage ja maschin nach maschin den kompass wie er auch einfach hier hingekommen ist und versucht hat hier oben zu punchen was für ein idiot wo geht ihr denn jetzt hin? Richtung osten aber wie ein truckstopp ist ein ein Untertitelung des ZDF, 2020